Der Unfall ereignete sich hier auf der A67 von Darmstadt Richtung Mannheim. Im Baustellenbereich, im Bereich AS Lorsch, kam es zu einem Auffahrunfall. Die beteiligten Fahrzeuge, das eine musste verkehrsbedingt aufgrund der Baustelle abbremsen und das hintere kam mit erhöhter Geschwindigkeit an und fuhr dem dann letztendlich auf, wodurch das Fahrzeug dann vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen und letztendlich an der Betonleitwand zu stehen kam.